Hi! Wir sind heute Abend eingeladen. Im Keller, bei Return. Zu Band Open. Ja, für die Sportfreizeit. Also die Band, die auf Sportfreizeit kommt. Genau. Und ich würde sagen, wir begrüßen mal rein. Zapp ist richtig gut. Die Nina steht um 6 Uhr auf. Ole! Sie springt auf. Ich springe auf. Aber wir wollten euch die Leute kurz vorstellen. Also neben mir sitzt der Yannick. Das ist der Yannick, der ist der Drummer. Ein Timing, der Hammer. Richtig cool. Und hier zu meiner Linken sitzt der Schnacko. Den mag ich. Der kommt ab und zu bei uns auf Freizeit. Sehr gerne sogar. Beste ever. Schnacko, was machst du? Ich singe. Ich haue euch die Vocals um die Ohren. Aber richtig gut. Oh ja. Komm, wir machen die Reihe durch hier. Ich bin für die tiefen Töne verantwortlich. Ich spiele den Pass. Wo stehst du auf der Bühne? Meistens in der Mitte. Das ist das zentrale Fundament. Das ist so. Richtig schön. Ich gebe weiter. Und ich bin der Julian. Ich bin an den Keys. Hallo Julian. Hallo Julian. Neben dem Schlagzeug zu finden. Da muss jemand so... Da, wo es laut ist. Sehr, sehr cool. Wir haben ja eben schon, als wir reingekommen sind, so ein bisschen was gehört von euch. Vielleicht... Hören wir nochmal rein? Ja, gerne. Ja, gerne. Na, ihr müsst doch ein bisschen üben. Ja, ja. Ja, wir hören uns das üben an. Auf geht's! Ja, ja. 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 Öl. Hier ist das Business сов right. Aber beide sind immer wieder neu. So in G珠ですね, einfach foi Neverland auf einen Blick. Kaapit 질문. Ja, na, ihr macht microbial zitten. Ja, jmel, Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, si mit 4200 bist. Saat're in Pot favorite quienes allahten. Ta! Ja, ja. Ja, ja, ja. Wir haben übrigens auch eine Facebook-Serie. Und wir sind bei YouTube unterwegs. Das findet ihr alles unten in der Videobeschreibung.